Kaum zu glauben, aber wahr. Die CDU liegt hinten, des isch klar. Wenn im Wahlkampf gerade auch noch so fleißig, in Prozenten haben wir gerade noch 30. Die Werte sind im freien Fall von Schwäbisch-Münd bis Schwäbisch-Hall. Doch Isa, des wird kein Begräbnis, des wird ein Rekordergebnis. Des hat die CDU noch nie geschafft. Hintergrün aus eigener Kraft. Das Ergebnis wird, so soll es sein, genau wie ich. Besonders klein. Des schafft bei uns bloß ich allein. Ich gang in die Geschichte ein. Mit Mabus ging's zwar schon hinunter, doch da komm ich locker drunter. Meine 30, des isch nix. Ich schaff 30 minus X. Drum, Leute, unterstützt nie in meinem Bemühen, mache nie zum Champion und wählt Grün. Dankeschön! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Schüttel! An ihm!